Wie kann ich mit panischer Angst umgehen? Ich gebe dir heute zwei kleine Tipps, was du tun kannst, wenn du gerade wieder panische Angst hast. In unserer Bevölkerung gibt es sehr, sehr viele Menschen aktuell, die wirklich mit panischer Angst zu tun haben und das zerstört einen einfach. Was du machen kannst ist, als erstes dir bewusst machen, dass sie gerade in deinem Kopf stattfindet. Es gibt keine Notlösung, die dir sofort hilft. Es ist etwas, woran du arbeiten kannst und wenn du dich immer wieder, wenn du gerade panische Angst hast, daran erinnerst, es findet gerade in meinem Kopf statt. Mein Kopf sagt mir gerade das, das, das und das. Ich weiß nicht, ob das was mit der Realität zu tun hat. Und dann kommst du in deinen Körper rein, in den Körper. Wenn du deinen Körper feste berührst, zum Beispiel hier feste an den Unterarmen, dein Gesicht streichelst, deine Schenkel feste massierst, merkt dein Gehirn, dass du gerade in der Realität was ganz anderes erlebst. Du kommst eben hier und jetzt an und kommst immer mehr raus aus deinem Kopf. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist für Menschen mit Panikattacken, dass sie das lernen, rauszukommen aus dem Kopf und reinzukommen ins Hier und Jetzt. Damit haben wir ja alle Probleme. Es ist ein großes, ja schon fast globales Thema, weil das Thema Angst, damit wird gespielt in unserer Gesellschaft leider von verschiedenen Hören. Ja, ist egal. Es wird damit gespielt und die Menschen, umso unbewusster man ist, desto mehr lässt man sich leider auch von der Angst leiten. Natürlich gibt es Momente, wo wir auch Angst haben sollten, aber wenn gerade nichts ist und du bist vielleicht nur einfach unterwegs oder du sitzt zu Hause und es ist nichts und du kriegst panische Angst, sprich mit dir selber. Am besten, wenn du jemanden in der Nähe hast. Hast du jemanden in der Nähe, dann ist Berührung sehr gut. Eine Umarmung, ja, eine feste Umarmung. In die Augen schauen, miteinander sprechen. Das beruhigt auch nochmal dein zentrales Nervensystem und du fühlst dich sicher. Ansonsten, wenn du komplett alleine bist, deinen Körper immer wieder anfassen, feste anfassen. Das ist Embodiment. Mit dem Körper in Kontakt treten. Umso mehr kommst du aus deinem Kopf raus. Umso mehr du rauskommst, desto mehr bist du von dieser Panik weg. Was du auch tun kannst, ist zum Beispiel Räucherstäbchen anmachen, irgendeine schöne Räuchermischung, eine schöne Musik im Hintergrund, damit du immer mehr im Hier und Jetzt ankommst und dich entspannen kannst. Um vorzubeugen, wäre es gut, immer mal wieder in die Meditation zu gehen und zu lernen. Da gibt es, ich werde euch etwas verlinken, ich finde das ganz gut. Dann komm mal immer mehr in den Körper mit dieser Meditation. Das hilft dir auf Dauer, deinen Körper zu schulen, aber auch dein Gehirn zu schulen, dich zu entspannen und immer mehr mit dir verbunden zu sein, mit deinem Körper und raus aus diesen Gedanken. Genau diese Gedanken zerstören einfach alles in diesem Moment. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir können auch gerne miteinander arbeiten. Ciao, unten ist ein Link zu meiner Website und ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Bis dann!